UNTERTITELUNG Du bist der Transfer. Chris, oder? Ja. Mein Vater war in der Armee. Er sprach nicht viel darüber. Für lange Zeit ging es mir genauso. Sie wissen, was Rudern für uns hier bedeutet in Belston. Unsere Spender und Ehemaligen erwarten große Dinge. Das war eine verdammte Blamage. Ich verspreche, hart zu arbeiten. Bist du verliebt in ihn? Nein. Wow, okay. Hi, Chris. Ist es nicht langweilig, den Fluss hoch und runter zu rudern? Langweilig? Dich könnt ewig da draußen bleiben. Zieh durch! Ihr lernt hier die wohl absolut wichtigste Lektion des Lebens. Nämlich, wie man zusammenarbeitet, um Unmögliches zu erreichen. Und du willst das Team führen? Ja. Wieso? Weil ich die besten Werte an den Maschinen habe. Rudermaschinen messen die Ausdauer. Nicht den Führungsstil. Los! Naja, vielleicht ist er ja der bessere Mann. Du weißt, wir können nicht gewinnen. Sie folgen dir, wenn du führst. Wir haben nur noch ein Rennen. Wer macht mit? Es geht nicht um Alex, es geht ums Team. Ich muss immer täglich daran denken. Wir folgen einfach, John. Ja. Wir gehen ins Rennen. Zieh durch! Niemand ist eine Insel. Jeder einzelne von euch muss sich dazu verpflichten. Wie bitte? Einen Tag. Katja! Watte? Ja! Ja.